Das gleiche mit der Tauschfläche, wo du in Aussicht gestellt hast einmal, dass unten Richtung Laner auch eine Fläche gibt zum Tauschen. Bei dem nächsten Gespräch, ja, was ist mit der Fläche, hast du das aufgekauft oder nicht? Wir haben, es ist scheinbar zu da, ja, es ist scheinbar zu da, ja, ich stehe jetzt mal so in den Raum, oder? Du hast besser was, was ich da habe, sonst hätte das, weil das nächste Mal hat es auf einmal, obwohl es zugesagt hat, es gibt Tauschflächen, und beim nächsten Gespräch hat es auf einmal keine Tauschfläche, außerhalb vom Rückhaltebecken gegeben. Und das ist dann auch immer stattfindet, dass du innerhalb des Rückhaltebeckens auch. Und das ist damals der Team, der für uns Auftrag, für die Verhandlung in Schien nach Orten. Das ist so wie so ein Bundesseer, oder? Das heißt, der Unterhausen wechseln, der Franzi wechselt mit dem Josef. Ja, da würde ich einfach... Also, immer noch mal. Ja, da würde ich noch mal zurückkommen. Da haben wir damals, weil ich war einer der Meinung, der damals das Freiburg 2008 dann beschloss, da ist eben vorher in den Fraktionenlist ausgesprochen worden, ausverhandelt worden, und dann ist man damit in den Gemeinderat gegangen, und das könnt ihr auch im Protokoll nachlesen, wo der Bürgermeister eben auf das verweist hat, dass fraktionelle Vorgespräche dort das einzuhalten ist. Und das ist, muss ich sagen, wo auch nicht passiert. Sie sehen, in der Gemeindewahrtssitzung, in vielen Gemeindewahrtssitzungen ist darüber berichtet worden, und da werden alle Gemeinderätten informiert. Also, wo ist es auch? Also, eine Frage, die ich mir auch oft genug gegeben habe, was für die Information gekommen ist, was du gefragt hast im Bericht des Bürgermeisters, dass es Gespräche gegeben hat, die sind gut verlaufen. Dann hat es ein paar Tage später SPÖ-Aussendungen gegeben, und es ist ein paar Tage gewisser, dass es noch Gegner gibt. Einerseits heißt es, oder seitens der SPÖ es gibt noch gänge, andererseits heißt es, die Gespräche sind gut verlaufen. Wo sollen wir damit anfangen? Es ist immer der Eindruck von Mitteltorten, es läuft alles gut. Entschuldigung, ich muss sagen, es ist ein ungewieses Recht, normalerweise ist es schön, dass wir uns vorher mal zusammen sitzen und darüber diskutieren. Und am vergangenen Dienstag wäre die Möglichkeit gewesen, oder wer hat es dann eingeladen, oder Martin Beach sich vorbereitet hat, der uns das alles erklärt hat. Da hätten wir uns eigentlich, da seid ihr nicht gekommen, da hätten wir uns zusammensetzen können. Das klingt, wir sind nicht gekommen. Es sind auch die gekommen, die nicht mehr kommen sollen. Wie geht die Fraktionsführung ganz ansprach? Nein, es ist ja auch sicher. Sondern alle die Leute, die nicht mehr kommen sollen, das ist ja ganz klar. Ja, es ist ja alle die Leute, die nicht mehr kommen sollen. Nein, was soll man sagen, die, die sind richtig befunden worden, die sind gekommen, und wenig auf weniger, und die sind halt gekommen. Deshalb haben wir auch Fraktionsführer, dass es die Information weitergeht. Und alle Gemeinderäte hätten sich da zusammensetzen können, mit den Vertretenden der Bauern, um sie da eine Auslösungsbasis schaffen können. Und das ist aber nicht der Wille, auf jeden Fall. Ja, aber das war durch euer Wille, zusammenzuarbeiten und eine Verhandlungsbasis zu schaffen. Also das müssen wir jetzt schon einmal feststellen. Danke für das Stichwort 5 vor 12. 5 vor 12, den schwarzen Bädern muss ich uns jetzt sicher nicht aufdividieren, weil dieser schwarzen Bäder ist entstanden, weil sich eben, und da kommen wir jetzt zum Recht, und ich glaube, man sieht ein Problem dessen, dass der Gemeinderatsbeschluss von damals nicht eingehalten worden ist, und dass ihn Dr. Krenn auch telefoniert hat, der die Verhandlung übermorgen leiten wird, und von dem ist Auskunft gegeben worden von dir, Punkt A, es gibt einen Gemeinderatsbeschluss zur Enteignung, und Punkt B, dass du fast mit allen einig bist. Das heißt, wenn ich mir jetzt anschaue, dass zwei Drittel der Fläche nicht einig sind, dann frage ich mich, und der Mensch und Voraussetzungen wird ja diese Wasserbehandlung starten. Punkt 1, Punkt 2, wie stellst du dir das vor, wenn du sagst, du berufst dich auf den Gemeinderatsbeschluss mit der Enteignung aus dem Jahr 2007, die hätte vorher schon ausgeführt, dass da drei Dinge drinstehen, die nicht erfüllt sind. Du sagst jetzt, wir sind informiert worden, da drinnen steht eindeutig, wie die Gespräche eingebunden. Ich habe gestern noch einmal nachgefragt, wir haben nicht einmal, als die anderen Fraktionen, weil sie mit Unterlagen nicht verfügbar waren, trotz Nachfrage nicht, ich liest das jetzt vor, zu deiner telefonischen Anfrage von vorhin, ob die Einzelgesprächsprotokolle bei den Unterlagen zu morgen im Gemeinderatssitzung zur Einsichtnahme aufliegen. Darf ich dir noch Rücksprache mit dem Bürgermeister mitteilen, dass dies unter Verweis der Öffentlichkeit der Sitzung nicht dabei sind? Erstens darf keiner von den Bürgern, die aufwesend sind, in diese Mappe hineinschauen, sondern nur die Gemeinderette. Und wenn es jetzt heißt, die Fraktionsführer sind in alle Gespräche einzubinden, und wir kennen bis heute, außer dann Christen, der Arzt, und von den Betroffenen, diese Protokolle nicht, dann sind wir in kein einziges Gespräch eingebunden worden. Fakt 1, Fakt 2, seit 2007, ist von der Gemeinde kein einziges Tauschtrundstück, so wie es da drin steht, angekauft worden. Und Fakt 3, ein wertschätzender Preis, ist nicht der, der von Schätzbuch auf den Bereich gestellt wird, sondern wertschätzend bedeutet darüber hinaus. Und zwar einiges darüber hinaus. Und das sind drei Punkte, warum dieser Gemeinderatsbeschluss halten wir da, denke ich, gestützt für die Eteignung vom Übermorgen. Umso wichtiger ist es, dass wir heute zu einem Kompromiss kommen. Und ich frage euch jetzt noch einmal, was ist von euch das Angebot in diesen zwei Punkten, wo wir gesagt haben, die antassbezogene Entschädigung und die Erhöhung der Kosten für den direkten Staudamm, den Preis. Was ist da eure Vorstellung, außer Nein zu sagen? Weil wenn wir Nein sagen, dann können wir jetzt Aufstellung geben, weil da kommen wir zu keinem Ergebnis. Wie gesagt, du hast vorher gesagt, die Bauern müssen entgegenkommen, du kommst uns jetzt mit gar nichts entgegen, weil es gibt kein Angebot, das bei diesen zwei wesentlichen Punkten und die ist schlecht. Und vielleicht können wir zu dem Anlassbezogenen, außer, das ist mehr Interpretation der Angelegenheiten und die lasse einfach so stehen. Wir haben uns in unserer Fraktion beraten und wir sind zu einem Ergebnis gekommen und wenn von eurer Seite nichts kommt, dann werden wir in den Antrag stellen. Ich stehe jetzt zuerst, bevor wir in den Antrag stellen. Nein, ich stehe. Ich habe auch gelernt, dass man diese Zahlen, diese drei Balken aber darstellt, und dann die Zahlen draufstellt. Ganz gut. Ich stehe jetzt mit der Sprichwort, das hat, glaube ich, keiner Statistik, sondern nur der Statistik, die selbst bekämpft. Ich schaue ich. Ja. Der Martin Dietsch hat seine Zahlen trofengelegt und wir sind draufgekommen und er hat sich berechnet, die 50.000 Euro. Und er ist aber jetzt klar, ich habe den Rechenfeller krägiert, auf Mehrkosten von 381.000 Euro. Wenn ich jetzt gestalte, die niedrige Gänge mit Dritte vergleiche, dort ist die Differenz etwas größer, das Mehrkosten. Also ich hätte gerne diese Berechnungszeichen, wir müssen jetzt nicht brauchen, da haben wir die Zeit nicht dafür, aber ich möchte diese Zahlen nachvollziehen können. Sovononsten, wenn du sagst, 1,36 Millionen sind ja zu viel, und der Martin Dietsch sagt, es kostet aber nur 381.000 Euro, dann haben wir doch einen super Kompromiss gefunden, oder? Von den Zahlen her schon. Die Experten sagen mal was anderes. Und ich sage mal, ich muss mir daran halten, wer weiß, was die Sachverständige muss, einen Ausdruck geben und schlussendlich können wir das machen, was uns das Land noch dann schlussendlich hat genannt. Und ich halte einfach an die Gesetze und Verordnungen, die da einfach sind. Und für mich ist das ja, im Anlassfall gibt es es nicht. Wir sind bereit, einen Euro legen wir dazu, dann sind wir im oberen Bereich, das heißt, das ist sowas, was die Geldauflösen angemacht, das heißt, dann sind wir für 7,50 Euro und dann sind wir über dem, was der Sachverständige das Land des Bestandes gestellt hat. Ich stelle jetzt bitte einen Anhörer, und zwar stelle ich den Antrag, dass wir, wir haben einen Experten unter uns und bis jetzt haben wir von dir gehört, dass die Anlassbezogene Entschädigung nicht gesetzeskonform ist quasi, oder nicht bewilligt wird vom Land. Ich stelle jetzt den Antrag, den Vertreter der Landwirtschaftskammer, der heute unter uns ist, das ist der Beziehungsummann, der wahrscheinlich die meisten Erfahrungen in diesem Gebiet hat, und der quasi auch der Vertreter einer Körperschaft öffentlichen Rechts ist, dass der uns jetzt beauskunftet, ob das gesetzlich möglich ist oder nicht. gesetzlich möglich ist, ich bitte jetzt sagen, nein, du sagst, es geht nicht. Nein, es geht nicht. Der Land sagt einfach ganz klar, wenn wir etwas holen, dann sollen wir nicht im Andersfall, dann soll das ganz anders, so, was der Sachverständige festgelegt hat, so abgegolten werden, weil wir uns nicht über Generationen hinaus verschuten können. Und wir auch nicht wissen, was der Belich in 50 oder 100 Jahren der Fall ist. Und wir können nicht den anderen aufbürden, wenn wir mal nicht mehr sind, dass die Menschen uns dann zahlen sollen, und das ist einfach der Fall, dass sie das haben können und nichts ändern. Das können wir schauen. Wir reden jetzt in einem Hochwasserbereitsschule, wir reden jetzt in einem Hochwasserbereit, und wenn jetzt eine Stellung kommt und er schaut, dann stellt sich da nichts dafür. Wenn jetzt eine Bank gebaut wird, dann kriegt er sehr wohl etwas. Das heißt, das ist ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, er liegt in einem HP30-Kranken-Bereich, der sich nicht ändern wird. Und da wird eher ein Schaden. Die werden hinterher unten, ich denke, das ist so. Die haben das berechnet, wenn es im Antlassfall ist, wenn es im Antlassfall ist, wird mehr schlägt, und wesentlich mehr ausgezahlt. Ich habe mir den Antrag gestellt, dass wir bitte vom Vertreter der Landwirtschaftskammer, als den einzigen Vertretern, den wir heute unter uns haben, Auskunft darüber bekommen, ob es möglich ist, im Antlassfall zu reden zu. Das hat Jens auch einmal zugegeben, gerade vor allem gesagt, wir dürfen es nicht vom Land aus. Ich meine, trotzdem noch vom Land hat mir das gehalten. Ja, und es ist auch wesentlich, deshalb gibt es die Sachverständigen, die wir brauchen, die es mehr tun, die wir einfach sagen, was sie machen. Ich stehe mir vor, mit dem Antrag, mit der Vertreter der Landwirtschaftskammer zu diesem Thema zu hören, weil es gibt es nicht. So, das müssen wir noch brauchen, wenn es nicht, dass wir ernsthaft zu reden. Nein, es ist nicht, ich sage mal, von unserer Seite her, der Stimmer anbieter, die Information gab, weil es zusätzliche Information gibt, die Gewinnschaft. die Antwort habt ihr gehört von Stefan, bitte, wer der Führer ist, bitte an der Vertreter. Ist die SPD der Führer, dass sie zusätzliche Information bekommt, ja, die Angst ist die nicht groß. Gut. So, gibt es jetzt einen weiteren Antrag, einen weiteren Antrag von eurer Seite? So darf ich jetzt da mal rausgehen? Bitte. Eurer Seite ist der Vorschlag, die 7,50 Euro und die andere Zahlung. Korrekt, ja. Da bieten wir, wenn es ist. Na, warte, das ist. Auch, auch das so durchzusehen, wenn es keine Einigung nach der Praxis, nach sich ziehen. Das wird man ja sehen. Wir haben ja schon Einigungen mit Bund. Das wird ja alle gleich sein. Ganz einfach, ob ist das? Es heißt, wenn es gut diesen Beschluss passt, und wenn er also durchkommt, dann geht es eine wahrscheinlich um sich um die Eignung und ganz verzögelt sich nach. Warum soll das in die Grunde meine tun? Die Leute können sich immer entscheiden, morgen ist ein Tag und bei der Wasserrechtsverhandlung genauso. Das ist es. Und da sind auch Experten, und da lassen wir jetzt auch drauf, was diese Experten sagen, gärmerweise. Und nur bei den Grundstückspreisen, und bei den Entschädigungsrollen, nehmen wir die Experten so weiter den. Dafür haben wir die Gutachtung, die Sachverständige, dass die uns sagen, was sagt ihr. Ich sage mal, für mich ist es nur kalkulierbar, so wie es jetzt da ist. Nein, nicht für mich ist es kalkulierbar, das stimmt so nicht. Du glaubst, du hast Experten zur Rate gezogen, die dir zu was geraten, wo der Gemeinderat das vielleicht anders sieht. Und du darfst auch bei dem Öl nicht das zu sagen. Besichtsweise, wenn man jemand da hat, das ist auch nicht mehr und den darfst du nicht reden. Ich meine, Entschuldige. Wir haben jetzt, das ist ja jetzt eine Bürgerversammlung, das haben wir ja sowieso gehabt, die Infobahnstattung. Die Zeit wäre ja sowieso schon gewesen, schon lange vorher. Jetzt sind es ein Monat vor der Wasserrechtsverhandlung, sind es alle scheinworn, plötzlich nachher danach, holler. Du hast uns nicht eingebunden. Null. Wir waren bei keinem einzigen, wir sind im Gemeinderatsbeschluss 2007 drinsteht, wir waren bei keinem einzigen Gespräch dabei. Das ist nicht ein Freund, das habt ihr in der Fassion geschlossen. Nein, das ist eine Interpretation. Ihr habt die Information über uns erhalten, was unser Vorschlag ist und wir haben euch den Urlaub gemacht, dass wir uns zusammensetzen und der Roman schickt uns eine SMS oder E-Mail und sagt, nein, ich setze mich mit euch nicht zusammen. Ja, am Sondagabend heute ist die Sitzung vor zwei Tagen, wann jetzt willst du ihn zusammensetzen? Das Risiko, ich weise jetzt noch einmal darauf hin, Punkt A, wenn wir keinen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss zusammenbringen zu dem Thema, dann heißt es, ein Teil der Bauernschaft wird das nicht akzeptieren. Das heißt, es läuft wahrscheinlich zumindest für eine Teilorganeinteignung hinaus. Dann haben wir zumindest eine halbjährliche, habe ich ausgeführt, Verzögerung des Ganzen. Noch dazu heißt es, es müsste gar nicht beteignet werden, denn der sagt, es sind zu viele, das geben wir auch das Risiko ein. Das heißt, wir geben das Risiko ein, gar keinen Hochwasserschutz zu bekommen. Auf gut. Vielleicht schon das einfach mal beraten, das ist eine Meinung. Das ist nicht bei Meinung, das sind Szenarien, die möglich sind. Nimmst du Kenntnis? Das sind Szenarien, die möglich sind. Ich bin auch mit dem Experten zusammen vom Land, die mir klar sagen, und auch von der BH, die klar sagen, was Sache ist und wie es funktionieren kann. Und daran werden wir jetzt nicht abbleiben, dass wir jetzt eine anlassfallbezogene Entschädigung bezahlen. Das ist das. Das bringt zu anderes Angebot. Du hast keinen Gemeinderatsbeschluss, der meiner Meinung nach, und das wird dann auch die Absichtsbehörde noch klären, vor mir wahrscheinlich, der gültig ist, der einer in Eigen zustimmt. Das ist einmal das Nächste. Das sind drei Punkte, die wir Gefahr darstellen und deswegen unterstelle ich dir jetzt, dass du die Ernsthaftigkeit des Hochwaserschutzes, den wir heute hier beschließen könnten, nicht auf sich gesehen hier öffentlich machst. Es ist ganz, ganz schlimm. Wir könnten heute mit einem Angebot, das vorgerechnet worden ist, wie nichts, was von euch gekommen ist und von Gemeinden ...